herzlich willkommen zu metro last light ja wir sind letztes mal durch den kanal geschwommen gefahren mit dem boot und sind jetzt in venedig hier müssen wir pavel unseren ehemaligen freund finden und wir sind auf dem richtigen weg ja ich denke hier sind wir ziemlich richtig einfach mal reinlaufen ja ok hier sehen wir buffen das heißt wir gehen jetzt erstmal hier durch hier können wir tauschen Patronen die brauchen wir nicht ok wir haben nur zwei die brauchen wir auch es ist eine schande so gut zu verkaufen ich würde sie lieber selbst behalten wie ist dann kumpel ähm und irgendwo sollte es hier sicher noch einen waffen schwind haben und wenn ich nicht hin und wenn ich nicht hin ach so das ist zuschauerbereich hier wird gar nichts treffen ach komm müssen wir auch einen raten töten oder so ne hier bleibt irgendwas aber die kommen hier nicht vorbei geht es vielleicht später weiter was ist hier echt ähm dann laufen wir hier ach hier hier gibt es waffen was gibt es hier für waffen eintauschen was ist das ach so das ist auf weite Entfernung das ist die das ist die auch die K die 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 können wir die hatten wir ja die das ist jetzt nicht möglich aber die würde mich eigentlich interessieren ich meine kleine waffen die haben wir ja genug was braucht die für munizieren ja mehr informationen gibt es ehrlich gesagt nicht ich würde gerne wissen was für munition die braucht oh eintauschen gegen die hier können wir sie noch anpassen theoretisch wir könnten die die munition nehmen wir das wieder weg ne da können wir wieder alles wieder weg nehmen da können wir wieder alles wieder weg nehmen wir nehmen einfach mal die Waffe die Wahl eines wahren Fachmanns Respekt mal und hier ja was ist das verringert den Rückstoß ok einfach mal aufsetzen Geld haben wir ja ja so haben wir vielleicht mal was auf bei größerer Distanz hier kommen wir nicht durch könnte auch hier durch weitergehen ja ok dann gehen wir einfach mal hier hoch oh was ist hier hier wollen wir auch noch nicht bisschen Munition da hinten glaube ich aber hier gibt es nicht mehr gut gut dann gehen wir jetzt einfach mal hier hoch Geld ok Was ist mit dem Geld? 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 Wir haben hier keine Bosse Herr damit Bist du verrückt? Wir sind mit Kies liebe Freunde Bist du sicher? Na toll Ich muss alle seine Freunde kostenlos bedienen und trotzdem an ihn abdrücken Ich nehme das mal mit Wir kommen nicht durch Öff In Ordnung Wir hatten etwas Spaß und jetzt ist es Zeit für die Arbeit Also Als erstes müssen wir Kiesli bezahlen und du musst zu Genosse Kurbut eilen Sag ihm, dass der Virusbehälter erfolgreich zu Aktivriskaya geliefert wurde Es fühlt sich einfach nicht richtig an Man könnte es nicht warten Wir haben etwas zu k responsives Wir haben etwas zu tun Gereht Was 때문에 Mythos Wir gehen den anderen nach. Geht es jetzt wirklich hier hinten weiter? Ne. Jetzt in die Richtung. Ja, jetzt sind die beiden Soldaten hier weg. Ja, haben wir voll. Was ist hier hinten? Nichts. Nichts. Gut, dann gehen wir hier durch. Nehmen wir einfach erstmal eine Schalterverwaffe. Sicherheitshalber. Da ist jemand. Ich würde sagen Licht aus. Das war die Mainz. Da kommt noch jemand. Der hat eine Stürmlampe. Warten wir noch kurz. Bis der vorbei ist. Nass. Können wir nicht aufnehmen. Da hinten ist noch einer. Der hat noch ein bisschen Munition dabei. Scheiße. Oh. Der haben uns offenbar gesehen. Hier kommt noch einer vorbei. Nein. 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 Hier ist das nicht. wo jetzt? Ach, da vorne sind noch mehr. Ja, eins, zwei, drei. Ja, das Licht halt. Einfach ausmachen. Was ist hier? Hä, was ist das? Hm, keine Ahnung. Da sind noch zwei. Jetzt sollten wir uns um die beiden da hinten kümmern. Der eine ist richtig vertieft. Da sind zwei. Hm. Was machen die hier? Giftpilze oder was? Was hätten Sie schon tun? Da hinten läuft noch einer rum. Okay, hier sind zwei. Vielleicht können wir die einfach einen Moment sein lassen. Okay, hier kommen wir nicht gerade durch. Äh, ich will noch einen Moment zurück. Okay. Muss das sein? Ja, also, gehen wir los, um noch einen zu trinken. Und bemerkt nicht, dass wir in eine verstandene Tone waren. Wie da? Ja, verdammt! Der Feind ist hier! Ja, okay. Die haben uns jetzt einfach gegeben. Aber wir machen es jetzt einfach mal so. Die Laser haben wir gesehen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Action rum. Dann haben wir hier noch ein bisschen Action rum. Ich sollte das schon treffen. Junge. Mal kurz looten, was wir looten können. Ähm, ja. Der trifft wenigstens. Aber das lizt auch nicht wirklich viel. So. Nichts mehr. Wir könnten ja eigentlich unsere neue Waffe mal kurz ausprobieren. Jetzt ein Luftmesser. Mal schauen, ob gerade noch ein einzelner rumsteht. Offenbar. Ja. Oh, ist aber cool. Nicht? Nö, ist niemand mehr hier. Wir haben jetzt eigentlich alle zusammengezogen und mit dem MG getötet. Dann gehen wir einfach weiter. Waffe runter! Hände hinter den Kopf! Na, was für ein unerwartetes Treffen. Auf der Suche nach dem Schwarzen, was? Vielleicht gibt es Hoffnung für dich und die Polis. Aber du bist zu spät. Diese Schwarzen sind außerordentlich mächtig. Genosse Korgut hatte schon lange ein Auge auf sie geworfen. Stell sie dir nur abgerichtet vor. Auf den Feind losgelassen! Ruhig, ruhig! In Ordnung, du bist dran. Was jetzt? Du hast nach dem Schwarzen gesucht. Richtig? Er ist in der Nähe. An der Obtiabriskaya. Ich kann dich da hinbringen. Dieses Mal keine Tricks. Darauf gebe ich mein Wort. Alle Mann auf den Boden! Sofort! Nein! Scheiße! Er ist entkommen! Ja, das ist er. Warum hast du das Lager alleine angegriffen? Du hättest versuchen können, mich zu rufen! Naja, ist ja gerade noch mal gut gegangen. Aber du musst möglichst schnell von hier verschwinden! Ich kenne hier einen Ausgang zur Oberfläche. Da ist ein Sumpf. Man kann ihn aber überqueren. Lass uns gehen! Okay, wir haben offenbar wieder einen neuen Verbündeten getroffen. Also mir sagt er gerade nichts. Aber okay. Jetzt? Ach so, hinter der Kiste. Ach so, hinter der Kiste. Okay. Was haben wir jetzt? Eine bessere Ausrüstung. Oh. Na gut, okay. Dann gehen wir einfach mal hoch. Wenn ich Glück habe, warten unsere Leute am Außenposten in der verlassenen Kirche auf mich. Ich werde ihnen alles sagen, was ich über Pavel weiß. Über irgendeinen Test, den sie durchführen wollen. Und ich werde meinen Weg zu Oktyabrskaya fortsetzen. Der Schwarze ist dort. Okay, ich glaube, die Kirche kennen wir bereits aus dem ersten Teil. Das war eine, ja, Kirche, das war eine kleine Kapelle. Von daher wurden die Angriffe ausgeführt oder geplant. Ja. Da ist er, der Sumpf. Die Basis ist genau auf der anderen Seite, in der Kirche. Von hier kann man sie nicht sehen. Da ist eine motorisierte Windenfelle. Sie braucht Treibstoff. Im Flugzeug oder im Lager der Tankstelle solltest du etwas finden können. Bleib aus dem Wasser raus, wenn du leben möchtest. Okay. Tja, das war's. Viel Glück, Artyom. Dann schauen wir mal nach. Was habt ihr gesagt? Im Flugzeug oder im Lager, Tanklager. Sollte noch Benzin sein. Einfach Treibstoff. Dann müssen wir uns hier vom Wasser fernhalten. Das ist eine gute Information. Irgendwie müssen wir rum. Ja. Einfach mal hier nach oben. Ach, da vorne ist ein Flugzeug. Oh. Wir sind bereits ein bisschen im Wasser. Hm. Wir können ja hier wieder einfluchen. Was ist jetzt? Ah, was ist jetzt? Okay, also das darf offenbar nicht passieren. Das Flugzeug ist da hinten. Ach so. Da sind diese Shrimps wieder. Die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe. Bis sie uns nahe kommen. Okay, hier ist ein Tankwagen. Vielleicht können wir hier irgendwas rausnehmen. Was sind das für Dinge? Okay. Okay. Okay, wir haben eine neue Maske. Da dringend. Oh, ja, da bewegt sich was. Hier ist doch das Treffstofflager, oder? Also die Tankstelle. Wo führen sie Pfeil hin? Die Richtung. Hier dringend. Ja. Nichts. Ah, da kommen wir nicht rein. Hm, hier oben sitzt noch einer. Okay, das Flugzeug sehen wir. Wie kann man da durch? Auch durchs Wasser dürfen, wenn nicht. Das wissen wir inzwischen. Hier durch. Hier ist auch noch ein Soldat. Okay, wir sind schon mal beim Flugzeug. Aber ich sehe, die Zeit ist eigentlich schon wieder um. Ich werde die Folge hier beenden. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye.